wunderbar der ist tot aber soweit ich weiß sind da noch mehr viel mehr so auf jeden fall sind wir bald da aber soweit ich weiß müssen wir auch darum um da reinzukommen und genau da sind dann wieder mehr und jetzt noch ein zweiter er hat sogar getroffen hat schon wieder getroffen aber ich nicht passt vorne ist schon wieder der nächste hunting rifle ja wobei die ganz gut aber ne passt schon unsere ist auch ganz gut noch so davon ist wieder der nächste am liebsten sind wir eigentlich die die wohl immer bloß so ein schules nagelbrett dabei haben ja wunderbar nachher ist es wieder geil wenn die scheiße fliegt und noch mal voran worden schabt bei einem super mutanten critical it strike level up fast ok auf jeden fall gut richtig schöner schuss und hier wären wir wie gesagt sonst drüber gekommen wenn wir den anderen weg gegangen wären und das hier an das kann ich mich erinnern wie gesagt hier geht es zu diesem science lab order und an daran kann ich mich gut erinnern ich glaube dass da drin war das dann das letzte was ich wie gesagt gemacht habe und dadurch dann aufgehört zu spüren schade ich muss erst noch mal nachladen ich muss erst noch mal nachladen ich muss erst noch mal nachladen woher das fisch geht auch gegen mich alles klar ups tschuldigung ja ist ja gute spaßt machen wir mit unserem pitboy licht an so ist nur respawn woher schon sind kommen die große k was soll es bin ich grätsch am kontrol m wenn ihr wieder ein wollen schau mal wo muss man denn hin die dritte denn das wäre ein ausgang wir müssen dass wir müssen natürlich da vorne links verdammt gab der mit der rauchgranate oder sowas wie es jetzt fast so was haben wir uns average okay immer das blöde average so leben leben Wuhu! Sehr schön. Nochmal. Und nochmal. Es ist mir wurscht, wenn es verseucht ist. Hauptsache mir geht es wieder besser. Red... Red Away können wir immer noch nehmen. Wow, was ist denn das für eine... Activate Toilets. Wow, bringt unglaublich viel HP, aber... Äh... Unglaublich viel mehr noch an... Radioaktives Zeug. Oh, halt. Wow, wie kommt denn der ums Eck geschossen? Oh, fuck, der ist zu mir da. Nein! Oh! Passt. Drecks-Super-Mutanten, hä. Aber die sind irgendwie... Also ich hatte die mal stärker in Erinnerung. Blau-da-Wai, Dirty-Water, Red Away, Stim-Pack. Perfekt. Hier liegt noch einer. Hauptsache mal wieder ein bisschen Munition, hä. So. Schaut doch hier alles recht interessant aus. So haben wir hier denn Schönes. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir nicht, nehmen wir nicht, nehmen wir nicht. Ist alles langweilig. Ox. Bringt nicht viel, nehmen wir schon. Ammunition-Box nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Oh, nehmen wir sehr gut. Nehmen wir. Zwei. 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 Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit. Wollen wir... Was? Wie viel wiegt der? Zwölf? Genau. Empty. Empty. Leider. Okay. Ein Tresor. Ein Pümpel! Haha. Wollen wir mal ein Pümpel mitnehmen? Wie geil ist denn das? Ich... Pümpel dich zu Tode. Hashtag Pümpel sag ich da nur. So. Aber ansonsten... Ne. Ansonsten ist hier nichts besonderes mehr. Ein Putzeimer ist noch da. Ein schönes Bild. Aber ansonsten war es das hier. Hier gibt es auch nichts gutes mehr. Ne. Hier haben wir noch eine Kiste. Mission Box. Shotgun. Was ist das? Baseball. Ne. Brauchen wir nicht. So. Weiter geht's. Da vorne scheint es schon wieder irgendwo ein Super Mutant zu sein. Oder irgendein Enemy halt. Scheint er da hinten zu sein. Empty. Kaputt. Ein Aggregat. Kaputt. 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 Okay. Door to Jefferson's Memory. Rundbau. Okay. Ne. Da wollen wir nicht hin. Vorne ist der Super Mutant. Oh. Der hat eine Waffe dabei. Stirb. Du Bastard. Jawoll. Und der hat wieder Munition. Oh. Nur 4. Nehmt mal ein bisschen mehr Munition mit dir. Penner. Wie wollten wir da gegen mich irgendwie ankämpfen eigentlich? Giftjob. Nichts besonderes. Wieder ein super Mutant. Ah. Du bist dumm. Oh. Mann. Aber ich bin nicht besser. Sagen wir mal treffe ich den eigentlich? Ich glaube ich hau immer daneben. Oder? Jetzt hat. Wow. Das war der erste Schuss der getroffen hat. Und soviel zum Thema. Ich muss ein bisschen sparsamer sein. Schieß. Der ist einfach nur stehen geblieben. Äh. Ich muss warten bis er noch geladen hat. Fällt mir grad ein. Immerhin ein bisschen Granatenzeug. Okay. Wir haben hier einen Chill-Lounge. Aber ansonsten haben wir auch nichts besonderes. Weil da vorne ist schon wieder einer. Oh. Der hat eine Granate in der Hand. Schauen wir mal. Ne. Ist aber aber nicht losgegangen. Aber ich glaube das wären selbst mal Bomber gewesen. Frag Grenator. Empty. 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 Ist doch alles kacke wenn hier alles Empty ist. Andererseits wundert es mich nicht. Weil es halt alles wahrscheinlich schon durchsucht worden ist. Von irgendwelchen anderen Leuten. Hier haben wir was drin. Ein bisschen Muni. So. Wo müssen wir hin? Wir haben hier einen Haufen Ein- und Ausgänge. Wir müssen zu dem geradeaus. Und wir haben nur noch 30 Schuss bei der Waffe. Das ist blöd. Aber das ist meine Lieblingswaffe. Meine Hunting Rifle eigentlich. So. Und das wie gesagt. Das kenne ich noch. Ne. Zu schlechte Position. Und oben kommt der nächste. Jawohl. One Shot. Was. Was. Oah. ja natürlich muss ich jetzt natürlich wieder nachladen nein das bräuchte das ding nicht die ich bin ja es hält sich die haufe verdammt daneben 26p stream stream for your life super mutants assault rifle die kann man mitnehmen und dann gleich noch mit unser anderen assault rifle hunting rifle hunting rifle chimes assault rifle oben prepare okay die eine ist zu gut das heißt wir droppen die die laden wir noch wieder nur noch 22 schuss aber wir sind jetzt glaube ich da wo wir hin müssen oder es ist kann er allows for the input of integration filtration germans was einmal das heißt man you are no longer well restate wo soll man das heißen soll jetzt sind wir einmal rundherum gegangen und es hat uns nichts gebracht ach ich glaube wir müssen unten rum oder ich glaube der ist unten unten drin ist aber wahrscheinlich ja genau das kann sein ich habe doch da oben gerade eben aktiviert oder wollen wir denn jetzt von mir und ich habe den input nicht oder das ist jetzt meine mein ziel mein ziel ist da aber ich habe kein inter inter dings ins bombs ins gedöns ich kann hier auch nirgendwo interagieren ich könnte das ding kaputt schießen aber das teil braucht auf jeden fall irgendwas das heißt wir müssen da mal weiter schauen hello control anscheinend müssen wir da erstmal weiter schauen ich dachte ich dachte ich hätte gedacht ich hätte gesinkt so jetzt sind wir da wieso sind wir jetzt da ich bin doch gerade eben nicht da rein moment ich bin gerade leicht verwirrt ich bin hier rein und da vorne sind wir jetzt rausgekommen macht aber gar keinen sinn weil wenn man hier rein geht geht es doch gerade aus hier raus gift shop und wieso kommen wir dann hier raus also das macht wirklich keinen sinn leute da habt euch ein ei gelegt ich gehe hier gerade aus rein geht da gerade aus durch und kommt da drüben raus das macht keinen Sinn wirklich nicht beim besten willen nicht so wir haben von dem schon alles genommen so wir haben von dem schon alles genommen ich dachte eigentlich dass hier leute wären das panel allows for the input of editonation filter transgen chemicals habe ich tot und was sagt mein menschen da oben immer das sagt auch immer was jetzt nicht mehr natürlich aber wo hätte ich denn das zeug her bitte und was soll ich jetzt hier machen schauen wir mal kurz zu quests listen to dads personal journal ok ok und wo habe ich das das alles 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 Ich bin in Vault 112, um zu suchen, für etwas von Braun's zu helfen, um diesen Purifier zu gehen. All ich weiß, ist, dass es westhalb von einem Ort called Evergreen Mills ist. Und es ist gut in einer Art von Garage. Aber ich werde es finden. Ich muss es. Es ist so nah, aber das ist die Geschichte von Project Purity, nicht wahr? Eine Eternative, almost theirs. Mal sehen, ob Braun hat das Puzzle-Pieße. So, jetzt habe ich es gehört. Jetzt muss es eigentlich heißen, Quests. Chain access to Vault 112. Jetzt muss ich wieder weg, oder was? Ich dachte, die wären hier. Ich kann mich auf jeden Fall an den Raum hier erinnern. Ja, das ist ja das. Aber ich dachte, mein Dad und so, der wäre hier. Dachte ich. Aber jetzt muss ich wieder ganz... Boah, nicht dein Ernst. Ach, geleg. Das ist ja auch das nächste, oder? Boah, da gehen wir aber schön vom Megaton ausgesehen her. Ja, leck mich am Arsch. Aber ich muss erst raus. Alter, das ist ja die komplett andere Richtung. Also, ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir hier richtig sind. Und dass wir hier unseren Date finden. Aber anscheinend kann ich mich doch nicht mehr an alles erinnern. Was ja auch nicht schlecht ist, gell? Jetzt bleibt es ein bisschen spannender. Aber ich war definitiv nicht in Vault 112. Also, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Aber ich dachte, ich hätte mein Dad da drin dann gehabt und so weiter. Who knows, who knows. So, jetzt machen wir erstmal schnell Travel. Jetzt machen wir erstmal kurz zu meiner Vault. Und von da aus müsste es dann eigentlich relativ zügig wieder gehen. Hoffe ich mal. So. In die andere Richtung. Da müssen wir hin. Genau da wo meine Vault ist. Das heißt, wir müssen erst einen Umweg machen. Einmal rundherum. Und mir gefällt das eigentlich gar nicht, wenn wir hier so... 449 Schuss. Okay, mit der Waffe können wir mal... Aber unten habe ich gar nichts. Wo ist meine... Wo ist meine Waffe? Weapons. Assault Rifle. Schimpistole. Und meine Assault Rifle. Die lege ich jetzt mal... Genau. 431 Schuss. Okay. Die ist auch nicht schlecht. Vorne ist so einer. Vorne ist so einer. Den will ich mich jetzt eigentlich nicht mehr schlafen. Ich würde mich jetzt mal auf den Weg anlegen. Warum muss es auskriegen hier wieder Nacht sein? Und hier ist irgendwie weit und breit kein Ding. Wir gehen jetzt erstmal kurz nach Megaton. Aber ich werde jetzt mit hier wieder nicht... nicht reißen können. Ja, natürlich. Weil Monster in der Nähe... Oder was heißt Monster Gegner halt in der Nähe sind. Und... Enemies nearby. Okay. Energy so. Wunderbar.